Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3 Multiplayer. Heute mal wieder mit dabei der Homer meine Freunde. Ja, lange ist her, seitdem wir das letzte Mal so quasi intim gespielt haben. Und ich habe gerade den Friedensaktivisten erschossen. Und ja, wir spielen Sharky Halbinsel. Ich kann mich selten daran erinnern, dass ich diese Map gespielt habe, auch in dem Modus hier. Aber vielleicht habe ich die auch letztens gespielt und ich weiß es nicht mehr. Aber ist auch egal. Auf zur Eroberung. Wir müssen jetzt erstmal hier zu D. D ist, glaube ich, der Punkt, der hier am beschissensten ist, weil da oben irgendwo auf dem Dach oben drauf ist. D oder D? D. Ah, D. 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 Du bist in einem Amphibienfahrzeug. In einem Vehikel. Vehikel. Da oben, da oben sitzt einer rum, da oben sitzt einer rum. Da läuft einer. Und da ist auch noch einer. Hinterher. Alter, willst du mich verarschen? Der läuft da hinten an der Wand. Du bist zu weit gefahren. Egal, Fahrt zu C. Egal, Fahrt zu C. Okay, jetzt häng ich hier fest. Oh, gut ausgewichen. War alles geplant. Sola kommen. Sola kommen. Sola kommen. Sola kommen. Warte, warte, warte. Der ist mit dem Raketenwerfer da. Wir nehmen auch grad nicht mehr einen. Oh, links. Links. Oh, zweimal. Alter. Ich bin, ähm, ähm, schießt du mal weiter ab. Ich repariere. So. Oh Gott, von der anderen Seite. Hinter dir. Ne, ne, ja, den hab ich schon, den hab ich schon. Geh wieder deinen Panzer. Ich repariere. Oh Gott, von ganz hinten. Alter. Mit ner Pistole. Shit, 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 shit. Ich nehm nochmal eben mit C ein. Ich geh mich grad verstecken. Kannst du beim Spawn? Ja, ja, ja. Drei, zwei, eins. Da. So. Und der Typ hat irgendwo von links geschossen. Ich seh ihn jetzt allerdings nicht. Ist glaub ich ein Sniper oben auf dem Dach bei G oder was ist das da? Ja. Wo soll wir denn jetzt hin? Du bist, du bist Squad Leader. Von hinter uns. Der lag da oben. Im Busch. Dieser Buschmann. Diese Aborigine. Na, echt, ey. Ähm, du bist Squad Leader, du markierst bitte. Bin ich wirklich Squad Leader? Ja, bist du. Ne, bist du nicht mehr. Lol. Du bist du gar nicht. Okay. Eben hab ich da stehen gehabt. Glaub ich. Aber vielleicht war es auch nur Einbildung, dass du Squad Leader bist. Hilfe. Ich bin gespawnt. Ohhhh. Lol. Lol. Aua. Aua. So, erstmal ein paar Mienchen hier auf die, auf den Boden legen und dann ab zu E. Wieder mit einnehmen. Nein, wartet auf mich. Nein. Eine Sekunde ist spät. So, jetzt geh ich einfach zu F. Ich will auch mit. Lol. What the fuck? Nein, von hinten. Nein. Oh Gott, ey. Ich sterb hier. Ich sterb hier ständig. Äh. Was soll man denn in ihm gehen? Äh. Da hin, wo du willst. Eduardo. Shit. Jetzt bin ich bei dem anderen gespawnt, weil du noch nicht da warst. Ja, sicher. So ein Drecksniper direkt hier irgendwo am Start. Ich seh den auch noch. So, Junge. Jetzt gibts. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Oh. Jetzt gibts richtig auf die Fresse, mein Freund. Alter, hat mir die Granate einen mitgegeben. Wow, wow, wow. Ist dir gar nichts mehr gerade. Alter, ich bin gerade so am ablosen, ey. Ja, äh, nächstes Mal sollten wir vielleicht doch einspielen. Ich muss meine Maus erst warm rutschen. Das Gummi ist noch nicht schön klebrig. Ja, das muss ja auch vor allem klebrig sein. Ja. Ist schön geleiten, weißt du. Ja, damit meine Hand schön dran festkleben bleibt. Soll ich nicht einfach so rutsch wegfliegen. Ja, was hast du denn für einen Schwand an hinten, dass das passiert? So, hast du Lenkraketen? Ich bin nicht der Fahrer, ich bin nur, äh, Ballermann. Ballermann. Äh. Äh, Junge, was fährst du hierhin? Bist du Schwachkopf? Oh, einmal getroffen, yay. Da vorne hinter dem Haus steht einer, den hole ich mir, den kauf ich mir, den kauf ich mir. Achtung, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Alter, willst du mich verarschen? Da kommt ein Panzer, Panzer, Panzer. Okay, die zwei sind tot. Da kommt aber noch der Panzer. Egal, der Panzer kriegt einen auf die Mappe. Noll, da steht noch ein Sniper direkt. Wow, 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 wow. Wow. Das Ding. Hat der dich gekillt? Nö. Wo ist der denn hin? Ist der wieder zurückgefahren? Mhm. Da ist er kaputt. Nein, 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 nein. Ich will ihn, ich will ihn abschießen. Ja, ich hab ihn. Ah, du Sau, ich brauch Medipack, du Arschgesicht. Komm her, gib mir Medipack. Nein, nein, oh fuck, ich hab ja noch gar nicht nachgeladen hier mit dem Raketenwerfer. Vergibst du mir vielleicht einen Medipack? Alter, ach, jetzt brauch ich gar kein Pferd. Nein! Alter, leck mich doch an den Eiern, Junge. Nein! Boah! Alter, ich bin mit 4-4 noch vor dir. Na? Wo hängst du denn rum? Tot. Ja, super. Im Himmel. Oh, wieder klar, ne? Ja, entweder stehen wir gemeinsam oder gar nicht. Ja, genau. Eine Einheit. Geh! So, jetzt geh ich mal als Medica. So, jetzt hole ich mir hier die Dema wieder zurück hier. Ist ja nicht auszuhalten. Na, lauf du mal vor. Na, ich lauf vor. Ich lauf vor allem irgendwie in die Sackkasse rein. Oh. Go back, it's killing time! Steht hier hinter einer? Da steht einer! Da steht noch einer! Ne, doch nicht. Doch, da ist... Ne, das ist keiner. Ne, da ist unsere. Verwirrung! Die einnehmen, die einnehmen, dabei rumrennen, weil dann fällt man am wenigsten auf. Medipack! Medipack, dabei rumrennen. Penetrieren! So, da unten läuft einer! Der kriegt's ja voll auf die Mappe! Keine Chance! Auf die Latte? Auf die Mappe, hab ich gesagt. Ja, aber auf die Latte könnte er... Nein, 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 nein! Alter, der hat mich fast erschossen. Na, sei froh, dass es da fast war. Hilfe, wo bist du? Ich hab dich verloren. Ich bin immer noch oben auf dem... Ah lol, hab ich auch. Okay, da hinten ist ein Sniper. Ich hab dich verloren. Stehst direkt neben mir. Ist der down? Der ist down. Okay, wohin jetzt? Äh... Ja, erstmal ein Balanceakt. Juhu! Ja, ja! Hinten auf dem Dach, der Typ. Wo? Siehst du den hinten? Links? Äh... So, Leiter! Ja, perfekt. Nein, nicht hochklettern, runter will ich. So. So, jetzt können die nur noch von F oder G aus kommen. Das heißt, wir treffen die genau am G-Punkt. Am G-Punkt? Ohhhhhhhh! Ohhhh! Hey, ich bin natürlich gestorben! Ja, ich wollte als Schutzschild denen aber hat nicht funktioniert. Hat doch ein bisschen funktioniert schon, ne? aber ineffektives schutz so und zwar nicht mehr bei der baustelle verdammt wo bin ich denn hilfe bist nicht da wo ich bin ich bin bei morgan morgan ich komme entgegen geben wir auf g sassen das ist ein sniper oben bei g deswegen bin ich doch weggegangen ja mich kriegt da keiner ganz entspannt hier gerade irgendwann aber habe ich eine der da und der den habe ich auch der friedensaktivist hinter mir doch da vor dir jetzt ist einer vor mir das korrekt da oben steht ein sniperchen der kriegt jetzt schöne rakete rein die rakete ist leider an dem vorbei geflogen ja schön alles kaputt machen bist du bist du tot läuft auch rechts einer lang hast du den gesehen hinter uns hinter uns alter hinter jawohl nice video auch beide da liegen alter da vorne ist ja besetzt ja die g ist besetzt er da können wir leider nicht auf die letzte richtig dicken kackhaufen hingelegt richtig dicke geschäfte so eine richtige kuhwurst aber wir haben das spiel auch gedreht wir waren eben im minus bereich jetzt sind wir wieder im plus ja das ist echt gut ja warum wohl ne weil wir beide mitspielen weil wir natürlich die awesomeness an sich mitspielen oh alter und von da hinten wird man richtig gekillt bist du bei mir irgendwo ich lauf gerade irgendeine treppe hoch was ich bin gestorben holen mich nee das bin ich nicht ach du bist ein sniper alter hab ich doch gesagt stellt er sich als sniper dahin weißt du die zwei feldagenten und so nein ich geh als sniper ein bisschen defensiver ach deine mom ist defensiv ja so aber ja aber f ist auch scheiße weil die dann von oben einfach kommen können das heißt wir müssen die erst holen wenn wir fick dich war mir unge aus dem heli gesnipen nein alter holst du bitte den typen weg der mir gerade der mich gerade gekillt hat willst du denn für einer was? wo? hä? was? ja auf dem berg hä? hä? ja da kann ich nicht äh drauf gucken äh komm dann nehme ich mir jetzt die jng und baller da auch nochmal drauf hier Juhu sprung des lebens juhu sprung des lebens so bei dem visier alter lauft und ich werde wieder von der kante weg junge bist doch ein mongo und geschafft und gewonnen jawohl mal gucken wir so die runde ist recht kurz gewesen jetzt dadurch dass wir nur noch wenige tickets waren deswegen bleiben wir ja noch einmal drauf würde ich sagen und machen die nächste runde mit so ist es so ist es klack 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 ich habe noch alles übersprungen alles klar kann ich hier irgendwelche achievements machen auf der map ja außer die hat in g90 aber hab ich keinen bock drauf verziele 50 kills mit der m39 die habe ich noch nicht mal die waffe das ist echt kacke m39 was ist das denn ja das ist eine aus dem die kriegt man im koop freigeschaltet aber ich habe ach ist das eine pistole weiß ich nicht hört sich aber so an ja aber ist keiner also hier die m3 keine ahne mp müsste es dann heißen aber ich weiß es nicht maschinenpistole halt eroberung schulmann griff tada markt ja gut dann nehmen wir einfach direkt mit das ist eigentlich ganz cool da gibt es auch den wotnik mit dem auch noch ein paar kills ist dieser bully weißt du dieser bus das heißt du fährst ich baller genau wenn wir den umgedreht nee ich so wieder bei morgas und direkt geht's los ab geht's leute ab geht's ab geht's ab geht's wir müssen die punkte einnehmen ladebildschirm alter kummer der homer ist richtig lahm heute obwohl eigentlich was ja auch besser als ich jetzt ich hab mal lieber meine fresse jetzt heute war es ja tatsächlich besser ja aber aber besser also besser von den stats als ich das meine ich das muss man ja auch mal sagen dürfen ist ja nicht so oft aber kannst du mich dann retten ich bin gerade bei dir ist das nicht vielleicht ist das nicht echt eine medic map eigentlich ja ja komm dann gehen wir weiter als medic würde ich sagen also fände ich jetzt am besten so jetzt kommen wir zu den laden mal ein bisschen auf hier kann ja wohl nicht sein dass sie noch nicht a eingenommen haben geht ja nicht das ist ja wohl frech wir nehmen das immer noch nicht ein die stehen da schon ein paar jetzt ich komme nicht mehr hinterher wo bist du denn warum kommst du denn da nicht raus alter da sind drei leute die gammeln da beim eingang richtung d ach so errichtung des platzes da oder was so ja deswegen trau ich mich da nicht raus oh scheiße also was war das denn bitte hast du mich gesehen ja ich stehe da vorne ja ich komm ich ich vorsicht der typ ja das ist morgen ja komm 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 du bist mit einer granate drauf gegangen ne lebst du wieder ne ich lebe nicht also ich bin ja wieder gespawnt halt oben liegt irgendwo einer oben drauf für irgendwelche damage von weiß ich nicht wo so wohin jetzt kommen doch mal liegt ja ich bin hinter der ich bin danach scheiße man ich vergesse bei der waffe immer den börs modus auszumachen so eine kacke so jetzt geht's los ab zu machen wir das ja hinten steht hinten links steht ein typ der stand hier mal über das haus hier drüber hier steht normalerweise in der nähe immer dieser wotnik also dieses augustieg oder der steht doch immer hier von dahinten kommen noch welche wahrscheinlich war das den ihr sporn ist so normalerweise müsste doch jetzt hier gleich sporn und da gibt es hier keine fahrzeuge steht doch noch mal immer hier einfach mal in die base rein laufen sollte war ich noch nie und man kann hier komplett noch bis hinten durchlaufen das ist der hammer okay dann würde ich sagen ja zu b was anderes bleibt nicht üblich ich dachte wir kriegen jetzt die karre aber pustekuchen da war das vielleicht sturmangriff da kommt da kommt ja das ist aber nicht das was ich brauchte alter scheiße 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 ich bin gestorben hier in der ecke der typ steht hinter den blumenkästen links da ich bin wieder da ja von sniper geschossen geh mal bitte gerade in deckung damit ich bei dir spawnen kann bin ich warte drei zwei eins go so wollen wir mal gucken was wir hier machen können ja jetzt kann ich mein zweibein nicht aufstellen aber mit was von der waffe hast du denn mit den zweibein mit bin gestorben vorne an der ecke ja ja oben steht noch einer blablabla aber mit dem medic im zweibein habe ich ja noch habe ich echt selten gesehen nö sonst hätte ich da einen unterlauf genommen aber das gibt es bei der waffe nicht so hier in dem gang sind sie immer hier hocken sie immer rum da kommen welche da vorne die kommen von hier links die laufen hier gerade links lang so mal wieder mit der 1 94 auf eine granate fick dich junge die granate habe ich noch geschmissen da vorne liegt direkt auf dem boden ja ja da war ja rechts noch einer alter soll ich jetzt eine andere knarre welche nehmen wir denn jetzt die farmers nämlich mal wieder zur abwechslung da vorne steht ab die sau wird irgendjemand immer unter den videos geschrieben dass die farmers wohl glaube ich die schnellste waffe ist hier also auch ich glaube irgendwas mit 1000 schuss irgendwas probis pro sekunde hat er gesagt oder tausender feuerrate irgendwie sowas hat es sich ausgedrückt und das merkt man echt wenn man wenn man die in der hand hält ich meine gut die wackelt auch ein bisschen mittlerweile aber die auch richtig nach oben ja aber die hat halt auch echt einen mega mega schnellen schuss hinter mir noch einer august ja 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 ich habe aber zwei kills gemacht da liegt noch eine ecke scheiße so läuft das freunde und nicht anders da ist noch irgendwo ein oder der steht mal wieder auf und hier sind ein paar drinnen alter die hocken sich alle rein ein triple kill ich bin tot aber das war's mir wert so die sind wieder bei e hinten ja weil ich mein guter ist ja auch der spawn da ist der wort nick ist das nicht okay gibt sie nur für die andere seite oder was wir sind keine russen wir sind us die andere seite hat nur den wort necke jetzt jetzt hier jetzt ein genommen ad adc bf banane apfelbirne apfelmus ja wo soll man hin obwohl dies das einzige was noch ein bisschen ernsthafter eingenommen ja schon wieder weg ja auch nicht so lass mich durch ich bin arzt entwicklung bei dem bei diesem triumph bogen liegt die ich bin tot ja danke rechts liegt auch noch einer irgendwo hinter den triumph bogen ja ich habe gerade gekillt mit der granate vor von ganz hinten links noch action action angesagt ok jetzt ist das die ist das der dienst der spawn von denen oder was nee das ist der sturmangriff die können nur bei flaggen spawnen oder squad einheiten oh da vorne ist noch ein haben wie alter ich bin dauernd kannst du wieder zurückkommen ja warte ok nee brauchst du nicht brauchst du nicht obwohl nee nee brauchst du nicht so habt ihr den haben wie ja ab da sehr schön dann mal ab zu e markiert oh man lass mich doch mal mein medipack werfen ey dein jedipack ohja medireta so so der eine ist schon mal down nein alter hinten beim blumenkasten sind noch welche hinten bei diesem gras grasblumen dings kasten dings da der ist aber down ja mittlerweile das heißt wir könnten jetzt eigentlich nur noch hier hinter spawnen oder da ist der botnick glaube ich wenn er so aussieht wie ein botnick dann ist das ein botnick ja weiß ich nicht ob der so aussieht wie ein botnick aber der ist da bei den russen gespawnt halt ne das ist kein botnick ach man ey ist doch scheiße ist doch gay GAY hier rechts ist einer drinnen ja den hab ich noch welche hier rechts ja sind auch welche ja draufhalten na alter da sind so viele ich bin down ah zurückhalten what the fuck woher wurde ich denn jetzt gekillt du musst eine moon bekannten land also wir haben zu hä bei mir bist du level 1 bei mir bist du level 100 ne ehrlich du bist bei mir du bist bei mir äh äh level 1 ja in der leistung ja ich mein 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 profil wurde leider geblockt und deswegen hahaha Waffe und so durfte ich alles behalten aber ne ja ja schon klar alter da hinten geht voll die party ab boah ich hab noch drei gekillt alter aber ich bin down ich bin wieder am leben ich bin wieder down nein nein boah nettes score gerade nette kindersöhne die guten kindersöhne ey du bist bei der kindersöhne ich schwöre wallalam so ne ne jalla 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 alter von allen seiten kriege ich hier auf die mule boah wieder down wie immer alter rett mich doch mal bist du ein medic ey mein gott alter ich bin schon wieder tot ey du ja kann ich nicht schwöre ja du rettest mich immer nur wenn ich dann schon äh sterbe ich immer direkt wieder ja nicht die punkte abgreifen aber dann geh mal grad bitte in Deckung damit ich mir dispawn kann wenigstens äh ich bin ungefähr in Deckung ungefähr ja so in ungefährer Deckung hier links um die Ecke ist ein bisschen halligalli leben und leben und leben und leben alles unser Leben das ist grad ein bisschen unbalanced finde ich ah und gewonnen dass ja mutterfatter das hat mich eigentlich am schluss noch überholt ey kann ja wohl nicht wahr sein nah 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 Ja, und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder amerikanisch weitergeht bei Battlefield 3 Multiplayer, und ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut Leute, tschau!